Willkommen zurück zu Diablo 3. Ja beim letzten mal hat sich ja der Jason unschön verabschiedet und ich habe dann alleine noch dieses Portal da aktiviert wenigstens und ja jetzt müssen wir noch den zweite Schloss aktivieren um dann halt mal endlich gegen Soltan Cool zu spielen. Wir sind natürlich auch wieder hier im Teamspeak an dem Spitz habe ich nichts geändert natürlich das ist also geblieben. Oh, das ist ein Portal. Oh, da kommen. Aber dieser Spell ist so OP immer. Die A schon gestaltet ist einfach nur fucking OP. Mein Gott, wie fällt denn ein Portal aus? 35.000 Hämmer. Und 4 EXP behalten hast du ihn? 2. Wow. Ich habe 4. Brennt! Ich dachte gerade schon er wird einfach so ein Legendary Item liegen. Ich bin gerade schon gefreut. Ich habe nicht genug Akan-Krank. Das ist ein gelber Mub auch noch, ne? Ja. Die Seite du stirbst denn? Ich sterbe nicht. Ja, das fiel ja. So. Blauer Items. Ich dachte gerade, das wäre ein legendäres Item. Lach von Treiben so aus. Weil das auch so hochgeleuchtet hat. Ich habe immer noch mal eine Flammenhügel. Ich finde die ganz cool. Die macht zwar weniger Schaden, aber die belegt die Gegner mit so einem Dot. Und der Dot ist stapelbar. Das fand ich ganz lustig. Wenn das hier soll, check ich nicht. Was bringt er diese Dinger da auseinander zu kloppen? Sieht schön aus. Wird nicht mehr Sinn haben. Hm. Wie langweilig. Ich bleibe an. Boah Alter diese Damage auf Blumen hier rein. total schauisch. Perfekter Rumi. Wie ist das eigentlich? Habe ich noch irgendwie Legs oder so? Wie Legs? Beim TS? Nö, das ist ganz normal dann. Okay, weil ich hatte ja gerade ein paar Legs, was du gesagt hast. Ja, gerade ist gut, das ist schon ein paar Stunden her. Jaaaa, boah, waren die viele Halteren gesungen. Brennt, ihr Schweine, brennt. Alter, wie die Backburn, ey. Voll easy. Ja, wir sind einfach strong. Das tue, warum hast du dir nicht mitgenommen? Geht zum Terminus. Let's go. Schnell wie möglich. Ey, nein, fuck. Den scheiß Soltan cool töten. Der Arsch. Ist der Schaden reflektiert? Nö, wieso? Weil ich wollte viel Schaden bekommen auf einmal. Obwohl ich den gar nicht irgendwie in meiner Nähe hatte. Ich hab was graus aufgenommen. Ein Sockel, das Amulett. Wow, das ist einfach nur ein Amulett ohne Stats. Ohne. Komplett ohne. Ja, komplett ohne. Nice. Oder? Ach nee, doch nicht. Oder? Doch. Ja, nur Sockel. Der Hammer, ne? Ja, Worf, würd ich sagen. Und uns bisschen richtig anzulegen. Der läuft. Boah, Alter, die halten ja auch viel aus, ey. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, ich hätte gerade einen blauen Mob gesehen. Nö. Boah, Alter, die fetten auch noch. Alter. Na los. Alter, wie das aussieht, ey. Ich hab das gesehen, ey. Die fetten, ey. Von einem. Freihand-Axt. Mit ihnen bestimmt. Zum Glück ist meine Arche und Gestalt so mega OP gegenüber. Der Sockel da wegen des Gedanken. Schlechter. Brennnt. 12 Trümmerteile. Link oder rechts. Lass mal links gehen. Gefühl sagt mir links. Ja, ja, fertig. Dein Spiel. Auf deins können wir ja nicht vertrauen, du Noob. Auf deins kann man nicht vertrauen, mein Freund. Dann rennt man hier ewig in der Pamper rum wie so ein Bob. Ja, ja. Ja, war doch so. Ich durfte so lügen. Ich bin doch gar nicht. Klar. Guck mal, siehst du nicht? Wir sind hier an eine Truhe gekommen. Ja, ja. Ruhe. Ruhe, würde ich sagen, ja. Ja. Brauch ich nicht das scheiß blaue Item. Ich schon. Das Geräusch für die Heiltränke nehmen ist auch immer gleich, ne? Ja, ich hab weiter für den Kreuzritter. Haha. Recht, post mal. Ich hab doch gesagt, man kann schon Sachen für den Kreuzritter finden. Ne, ich hab das falsche gepostet übrigens. So, das will ich posten. Ja. 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 Oh Gott. Ja. Boah Alter, wie schnell die weggefistet werden durch die Archon-Schalte, echt. Nicht mal Schaden bekommen, ey. Pro. Mehr Leben hat er so bekommen, wie schnell wir den wegsetzen. Ja, weil meine Archon-Gestalt einfach okay ist. Ja, ich merk das schon. Äh... Kriegst du auch mehr Leben durch die Archon-Gestalt oder hast du einfach so 11.000 Leben? Ne, ich krieg dadurch mehr Resis. Du hast einfach mal 11.000 Leben, was ist da los? Ja, ich bin halt cool. Ah, ich hab auch 11.000. Hä, wo haben wir denn so viel Leben mehr? Ja, haben wir nicht. Ich hatte im letzten Level noch 8.000. Ach, Geld. Wurf. Eric, wait for me. Zum Zackkasse hier. Zackkasse. Was war das denn? Level Up. Boah, voll die Druckwelle, ey. Druckwelle des Todes. Level 40. Level 40? Wegen. Noch 4 Level. Jason. Ja. Legendary! Ja, mach ich halt auch schon mal los. Na ja. Perrig. Let's do this. Brennt. Brennt. Bücher brennt. Ich muss auf jeden Fall vor Sultan Cool nochmal back, ey. Oh. Brennt. Ich bin voll oft ein blaues Tod. Ja, Sultan Cool dauert noch. Wenn wir hier fertig sind, haben wir noch so ein Ding vor uns. Komische Wuppen. Oh, die geben mehr Schaden. Mehr Heilung, weniger Zierigkeiten. Brennt. Äh, da oben ist ein gelber Gegner. Wo oben? Hier. Brennt. 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 Schnapp. F**k. M vent. Wo Caraic reguliert stehen. Bleibt schon wieder dran? Was kannst du dran stehen? Ähm, erhöht den Schaden von Arcanic Kugel. Oh hör mal, ich habe ein Item bekommen der heißt Dielegende, mein Freund. Passt zu mir. Wir sind keine Freunde. Hör auf zu lügen. Aber ich gehe jetzt eben back verkaufen. Verkaufen.. an den Händler des Todes. Aber ich werde euch ganz schön wehtun, falls ihr versucht mich zu bestehlen. Jaja, ich bestehl dich eh, ich bestehl dich nicht nur, ich schlitz dich auch ab. Ja, voll die gute Idee. Ich behalte jetzt das Kreuzritter Item einfach als Souvenir. Scheiß auf die Edelsteine, alle weglocken. Alle weglocken. PEN! PEN! So. Ähm. Was muss ich noch alles sehen? Ich geh mal eben rappen. Weg damit. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Stimmt. Reparaturkuss. Das ist nicht so. So, dann würde ich sagen. Nein. Let's go. Würde ich nicht sagen. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Ja, das ist schlecht. Ich bin hier schon alleine rum. Na, tu das. Bei Level 41. Du weißt, wir hätten uns einfach zurück. Wir hätten das gar nicht beenden müssen, da wo du gerade bist, ne? Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken. Ich bin schon wieder zurück. Ach so, stimmt ja. Wie kommst du denn da hin zum Terminus? Ich bin im Wegpunkt. Kannst, kannst du einfach meinen Banner nehmen. Dann bist du nicht da. Schon rein gehen. Ich geh jetzt rein. Sobald ich da rein kann. Alter, diese scheiß Feuer, ey. Ja, ich bin drin. Reicht der Schack. Take my banner. Alter, legendärer Schulterschutz, ey. Für Level 36, ey. Schon so strong. Ich gehe in die Station. Hast du einen gefunden? Jetzt gerade? Nee. Eine Gruppe. Warte, hier. Warte, wie kann ich das denn posten? Oder bin ich nicht da und dann kriegst du den Läge in den Schulterschutz. Alter und dann Shift. Offert item. Ja, hab ich auch gedacht, aber geht nicht. Naja, jedenfalls war der Schulterschutz für Level 36 und der war mega strong, also irgendwie 250 Rüstung hat er gegeben und voll die mega Stacks, ne. Die Legendary ist du einfach schon wieder findest, ey. Ich hab das doch nicht gefunden, Mann. Oh, Jungen ist ruhig zu. Ja, hab ich mir halt nicht verstanden. Aber er spielt so lauter. Mhm. Dein Hirn war zu leise. Ja, dann auch. Oh, hier kommen so viele Gegner. So viel Erfahrung. Die sind schon ganz schön strong, die Gegner. Mal wahrenwerfen. Ich bin mit Soltun Kuls Körper. Ich freu mich schon drauf, wenn die wieder die Gegner kommen, die sich vor dir weg sprengen, ey. Weißt du, worauf ich mich freue? Äh, auf mein Item. Oh, Junge. Das hört doch irgendwann auf. Ja, wenn ich dein Item hab. Na dann hörst du, dann... Alter. Alter. Dieser Archongestall ist einfach nur broken. Toll wie eine Flagge. Toll. Ein blaues Item. Ja, geben das, was ihm zusteht, ne. Mhm. Achso, ich war immer noch die Archongestall. Ich hab mich schon 100, ey. Ich denk immer, dass die blaue Viecher, weil die so geslowed werden, ey. Leuchten die genau in dem blauen, in dem dann auch diese anderen Viecher da drin. Ich hoffe, Soltun Kul droppt ein Legendary. Ich hoffe nicht ein Ring. Ah, hast ja noch nicht genug Ringe, ne. Ne. Ich hab gerade nur ein Legendary an. Ein Legendary Ring. Legendary Ring. Legendary Ring. Legendary Ring. Legendary Ring. Trennt. Der Schweine. Ach, mit einem Schlag. GG. Oh Gott. 200.000 Leben. Ja, oh Gott. Auf jeden Fall. Aua, aua. Ja, bleib stehen. Warum bleibt nicht stehen? Zu hart, ey. Alter, Alter. Angriffsgeschwindigkeit. Nice. Schaden. Ich hab bei mir schon 3600 DPS, ey. Beflügelnder Schutz. Passive Fertigkeit. Aua, aua. Wie schaden. Not cool. Du hast einen blauen Mob angegriffen. Oder... Oder ein alter Chatloch. Keine Ahnung. Huh. Ach, der steht getötet. Da ist er. Da ist er der Klopper. I will survive! Halt du das. What? What? Verlebt mich mal wieder. Uh. Das war knapp. Items. Ganz viel Items. Denkertrotz. Raus mir nicht. Das war nicht verstehe. Supi. Das sind uns ähnlicher als ihr wisst. Seelenflug. Noch schlechter. Er wird den Schaden von Disintegration um 8% am Recht. So, jetzt kommen wir gleich zum Soltan. Zum Soltan. Zum Soltan. Zum alten Knecht. Der ist ähnlich wie der Skeletten King, ne? Nein. Typisch. Der ist nicht ähnlich wie der Skeletten King. Ja, ich meine von der Art her. Der ist quasi der Zwischenboss in Akt 2. Achso, ja. Okay. Dann schon. Warte mal jetzt vom Moveset. Ja, dass der nicht ist wie du. Oh, der hält viel aus. Aber nicht genug. Hä? Ich weiß ja, der macht so Wirbelsturm und so weiter. I don't give a fuck. Oh, der ist ja lange durchgehalten. Fast so lange wie das Skeletten King. Tschüss, Soltan. Cool. Voll cool, ey. Leider Erfolg. Voll cool. Schau mal vor, du willst jetzt noch am Wirbelsturm sterben. Das wär richtig miss. Ah, ich sterbe am Wirbelsturm. Ich bin so ein Duke. Ich bin gesaved. Ich hab diese Belohnungen noch. Was gab's denn für Items? Nur Schrott. Warte mal, mir? Ja. Auch Schrott eigentlich. War ein bisschen mehr Schaden, aber... Müll. Einer, ein Item mülliger als das andere. Ja. So. Ich hab ihn verkaufen. Achso, ja stimmt. Jetzt wollen wir gerade hier sind. Der Truhe. So. Jetzt sind wir sogar schon... Sind wir sogar schon fast? Bei Belial, ne? Bei Belial. Wir müssen noch die Stadt evakuieren jetzt. Dann müssen wir den Tempel noch kaputt machen, ne? Ja. Ja, dann... zu Belial, glaub ich. No, geh da weg! Nein! Boah. Hast gedeihtet. Gedeihtet. Geh unten lang. Mach du die oberen. Warum machen wir das überhaupt? Gibt eigentlich nur einen Erfolg. Achso. Achso. Ich meine, es gibt nur einen Erfolg. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine nur einen Erfolg. Wenn du dir nicht sicher bist, dann... Ja, der ist ja nur ein Bonus. Ist ja. Brauch ich dann drauf. Lass meine Flüchtlinge in Ruhe! Oh. Fast in so einem Feuerball reingelaufen. Und ja. Der Flüchtlinge. Der Flüchtlinge. Ich kann doch nicht... Oh, steht denn der jetzt da so dumm rum? Komm mit! Kommt! Flüchtlinge. Schnee! In die Kanalisation! Zack, 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 zack. Oben sind noch zwei. Ich hab hier auch noch einen. Hey guys! Kommt mit! 17. Hier auch! Mitkommen! Hast du alle? Hier ist noch ein Ding jetzt. Wir können hier noch in ein Moment rein gehen. Kein Dungeon. Ja. Lass aber erstmal hier hin gehen. Ja, wenn wir die Flüchtlinge haben. So. Komm, wir holen uns. Wollen wir ihn holen? Geld von Caldium. Fassern wir uns holen. Guck mal, das ist dann der Fall gar nicht. Hier, den Dungeon hier. Also wenn da ein Dungeon ist. So den brennenden Sanden, das ist kein Dungeon. Achso. Äh, war der Durchgang dahin nicht rechts? Betretet Caldium. Na gut, ob wir das gemacht haben. Das ist ein Erfolg ja noch gar nicht. Nee. Ich glaub, das hab ich früher nie gemacht. Kann ich auch. Reinlasern. Ja, ich geh erstmal rein und hol da erstmal ein paar Gegner. Ja. Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock auf B ideal. Warum? Ich glaub, der wird mich aus dem Leben hauen. Weil das ein reiner Movement Boss ist? Ja. Du ein Movement Kruppel bist? Richtig. Weil ich einen Demon hatte, hab ich mich nicht bewegen. Oh, hier kommt der Boss. Komm, stell. Die Illusion dieses Zauberes versperrt uns DG. Füße. Amir, der Schattenkrieg ist da. Dir schon. Brenn. Bleib hier. Ja, nur blaue Sachen. Mein Geil los hab ich. Ich hab auch ein Geils bekommen, aber... Oh, Schaden erhöht. Und von Energiewirbel wird der Schaden erhöht. Hier, brauchst du den? I don't need this. Aber das Blau, den brauchst du wahrscheinlich eh nicht. Aua. Ich frag mich immer noch, wer Bethel sein könnte. Ja, aber ich weiß auch noch nicht, wer das ist. Ich könnte, könnte sehr, sehr sneaky werden. Bethel kann das sein. Ah, nein! Nein! Aua, ich bin der Schlange. Was der denn? Kommt der nicht hier schon? Oh! Ja, vergab. Aber, ich würd gern erstmal warten, bis meine Cooldowns wieder alle ready sind. So schwach. Ich weiß nicht, ob ich... Du willst doch lieber auch auf deine Arche und Schalt warten, oder? Uuaaaaaaah! Laserstrahl des Todes! Ja, sollen wir jetzt echt nochmal auf den... Dings fahren? Auf die... Dinger? Ich sag mal kurz... Schöne Menschen entstellt nichts. Ah, okay, sind alle unterschiedlich gefärbt. Ja, toll. Dafür hab ich einen Erfolg bekommen. Okay. Wow. Ähm... Wie lange hast du denn denn Arche und Cooldown? Meine sind schon wieder ab. Ich mach jetzt mal die Lebensregeneration hier rein. Das sind dann nämlich schon 27,6 pro Sekunde. Bei Paragon 11. Dann hab ich die ganze Zeit schon drin. Ich hab 8... Hä? Ich hab 8... Ja... Wie ist denn der Unterschied? Ich hab nämlich zum Beispiel 48,3. Ja, weil du mehr Punkte hast. Ja, einen Punkt mehr hab ich da drin. Hast du da 5 oder 6? Ich hab 4. 4? Ja, Junge, ich bin nur Paragon Level 15, nicht 28. Okay. Sorry. Lass mal reingehen da, komm. Hast du deine Cooldowns? Ja, noch nicht ganz, aber drauf geschissen, ey. Oh, Belia kommt ja eh noch nicht sofort. Oh, guck mal. Da wird mal voll gespoilert im Bild, wer grad ist. Hakan, der alte Knecht. Oh, Gott. Wie, ey, ey, ey. Nein, ich nehm mich gleich hin, ey. Guck mal, Belia, der ist voll der Lappen. Kann ich jetzt mal so behaupten. Voll der Lauch, hätte ich ja. Porry Boy. Ja. Porry Boy, Belial, ja. Ich bin gleich im Kampflevel ab. Dann kommt die Druckwelle, die zerstört den Belial hart. Ja. Könnte es sogar tatsächlich klappen, weil ich vorne mich nicht mehr fehl. Kommt ja erstmal in die zweite Form. Der hat jetzt schon 95.000 Leben. Muss doch easy. Ich bin bei der zweiten Form gleich in der Arche. Guck mal, wie ich einfach gegenlegge. Das ist recherlich. Weil der macht ja auch kein Damage. Mach doch mal gleich, wenn der die Faust macht. Ja. Ja. Dann bist du... Der haut dich One-Hit. Äh, dann haut der nicht weg. Oh ne, der hat das jetzt nicht hier. Hä? Wieso ist der auf einmal instant gestorben? Ach so, der portet sich ja weg. Seht das wahre Gesicht. Oh, das wird doch nichts mit dem Level Up. Mir fehlen noch... Ja, mir fehlen noch, äh... 12... Ne, 8.000. Guck mal. Porry Boy, Belial. Porry Boy, Belial! Aua. Brenne, du kleiner Bastard. Guck mal, ich bin doch... Nein! Uh! Stopped, Belial, stopp! Alter, geht ja weiter. Ich fett jetzt nicht schnell drauf. Ah! Boah, ich alter movement triple kann doch nicht gegen Belial kämpfen. Der nennt ich die Seite oder so, weil ich meinst gar nicht. Ja, geh auf Parix. So ist gut. Der Jason, der alte Nore. Der Belial ist voll der Porry Boy, der kann ja gar nichts. Ja, der ist ja auch nicht auf dem Spiel. Super, ey, voll easy. Der hätt ich sogar eine Stufe höher jetzt den kaputt gemacht. Ein Ring! Legendary! Legendary Ring! Hast du auch? Legendary Arm Sheen. Legendary Ring. Uh! Nice. So, wir machen jetzt erstmal hier, bevor wir Belial's Seele kaputt machen, obwohl die machen wir jetzt nicht. Nein! Ja, die kriegste doch auch so. Ja, ja. So, zack. So. Dann wollen wir mal den Ring identifizieren. Tja, Perry, was sagst du? Jetzt bist du der Ringe. Legendary Ring. Schaden? Vitalität? Anlaufsgeschwindigkeit? Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, okay. Der ist natürlich nicht so gut, aber besser als mein Gelber. Yeah, macht weniger Schaden. Besser als mein Gelber. Ringe mal zeigen. Der ist eigentlich ganz geil. Der ist so ein bisschen so ein Death Ring. Weißt du? Aha. Band des behüteten Geheimnisses. Gibt ein bisschen Schaden, Anlaufsgeschwindigkeit, aber auch Vitalität und Bewegungsgeschwindigkeit. Und Heidring und... Dann kannst du mir wieder weggehen. Akt 3! Yeah! Jetzt haben wir Akt 3, ne? GG! Ich verkaufe gerade. Nein, Perry nicht! Nein! Der Akt endet in 30 Sekunden. So viel Zeit habe ich noch. Ah, fuck. Rückkauf. Was war das jetzt? Irgendwas gab mir hier... Also ich gehe weiter, ne? Hm... Nehme ich die? Mach schneller, du hast noch 12 Sekunden. Du, 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 du. Sechs, fünf, vier, drei. Ja. Dritter Akt. Dritter Akt ist OP. So, warte mal. Die Schuhe wollte ich auch anziehen. Uninteressant. Noch mal mehr Schaden. Schaden. Aber welchen Level bin ich denn? 40? Ja. Haben nicht irgendetwas neues hier? Aber ich nicht. Achon. Teleportation kann man verwenden. Ich freue mich. Vertrauter. Weißzapfen. Neues Talent. Wenn ihr fünf Sekunden lang kein Schaden erleidet, erhalte ihr einen Schutzschild, der 2600 absorbiert. Boopi. Hm. Boah, ich hab jetzt... Ja. Sechs Sockelplätze und ich hab einfach keine Steine, die ich da reinsetzen kann. Warum nicht? EG. Ja, weil ich mein ganzes Smaragde auf meinen anderen Dämoniker hab. Ja, warte, hier. Ich hab noch Smaragde in meiner Bank. Uh, der OP. Ich höre, mich interessiert ja, was der... Cain-Chronik? Mit der Cain-Chronik kannst du Items identifizieren oder was? Ja, mehrere legendäre Gegenstände gleichzeitig. Wow. Kannst du auch so... Ja, früher... Hast du noch Smaragde? Ja. Ich hab da noch ein paar. Zehn Stück. Früher musste man ja, ähm, auch seltene Sachen... Zehn Makellose hab ich. Ja, wäre nice. Wie viel willst du denn haben? Alle. Junge. Du hast alle meine Amethysten. Werd man nicht zum Reibachmacher, ey. Ich hab bestimmt 50 Amethysten gegeben. 50? Ja, auf deinen Barbaren. So. Und... Hier. Sechs Stück. Du hast gesagt, du hast sechs Sockel. Die wollte ich eigentlich weiterverarbeiten, deswegen... Wollte ich ein bisschen mehr haben. Ja, klar. Kannst mal... Kannst mal...